Alter! Alter! Warum bin ich hier mit dem Kombo, Mann? War wieder... Ja, das ist die Blitzkring-Nautilus-Kombo, das ist okay. Tja, wer ist denn mal Borderline gegangen, hätte Master gefickt, aber nein. Nee, ich wollte Master nicht stören. Dich schon. Und trotzdem hab ich 11. Wieso wolltest du den? Den einzigen, den du gesagt hast, das machen. Wunder! Was war denn? Die hat schon 14, okay. Warum bewirkt er nicht mich, Mann? Gib mal weg, du scheiß Blitz.